Der Zeitpunkt zum Zuschlagen ist jetzt. Das dachte sich wohl auch MicroStrategy, welche einfach mal satte 5.445 Bitcoin nachgekauft haben für ca. 150 Millionen Dollar, zu einem Durchschnittspreis von 27.000 Dollar pro Stück und das tief im Bärenmarkt. Es ist nur einer ihrer vielen weiteren massiven Bitcoin-Nachkäufe und ich habe in meinen Gruppen bereits mal beleuchtet, dass MicroStrategy als Firma sehr viele Großinvestoren hat und Anteilhaber, unter anderem auch BlackRock und somit wird jedem, der ein wenig tiefer dahinter schaut, klar. BlackRock muss nicht direkt Bitcoin kaufen, um sich in diesem Markt zu beteiligen und einzugraben. Sie tun es auf indirekte Art und Weise, denn MicroStrategy wird wohl kaum in der Lage sein, all diese Nachkäufe zu tätigen, ohne große Finanzspritzen ihrer Investoren zu bekommen. Im heutigen Video schauen wir diverse Entwicklungen der letzten Wochen an. Es gibt wie immer kurz und kompakt wichtige News, um euch auf dem Stand zu halten. Es gibt kleine Textsegmente von mir, Hintergrundstatistiken, einzelne Krypto- und Marktnews und noch viel mehr. Lehnt euch zurück und genießt das Video. Ihr würdet mich mit einem Like und Abo zudem extrem unterstützen. Ich danke euch vielmals und aktiviert unbedingt die Glocke, um immer am schnellsten zu reagieren, wenn etwas auf den Märkten passiert. Jeder ist zudem herzlich willkommen in meinen Gruppen mit dem folgenden Angebot, was ihr aktuell im Bild seht. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar und wer in den ersten drei Tagen in die Gruppen kommt und findet, dass es ihm nicht gefällt und wieder raus möchte, kriegt sein Geld rückerstattet. Die Gruppe gibt es seit über zwei Jahren und hat über 1500 zufriedene Mitglieder. Überzeugt euch am besten selbst. Hier geht es um langfristigen Erfolg. Ihr werdet nicht schnell und einfach reich. Ihr werdet nicht nach zwei Wochen ein Porsche Cayenne haben. Doch wenn ihr die Information richtig nutzt und etwas Langfristiges erreichen wollt, dann werdet ihr das ganz sicher. Mount Gox Die Mount Gox-Bitcoins und das Drama drumherum sind wohl eine der größten aufgebauschten Panikmachten, bei der am Ende nie etwas passiert ist und wahrscheinlich auch wird. Ich habe in Vergangenheit bereits oft erklärt, was es damit auf sich hat und warum es wohl keinen großen negativen Einfluss auf Bitcoin haben wird. Dieses Segment hier schreibe ich nämlich aus folgendem Grund. Die Deadline für die Bitcoin-Rückzahlung an die damaligen Mount Gox-Kunden wurde nun von Oktober 2023 auf Oktober 2024 verschoben. Kurz gesagt ist die Panik ja, dass die 142.000 Bitcoin, die vor vielen Jahren gestohlen worden sind unter anderem und die zurückerlangt werden konnten, direkt abverkauft werden von den damaligen Haltern, wenn sie sie zurückerhalten, da diese Bitcoin mittlerweile massiv im Profit sind. Auf jeden Fall wurde die Deadline nun um ein ganzes Jahr verschoben. Der ehemalige PayPal-Präsident Der ehemalige Präsident von PayPal sagte, dass kein Netzwerk so mächtig wie Bitcoin sei und das globale Zahlungssystem der Welt werden könne. Er hat alles andere aufgegeben und sein Leben der Arbeit am Bitcoin-Netzwerk und Lightning gewidmet. Genauso wie unter anderem Jack Dorsey, der ehemalige Twitter-Boss. Apple Apple möchte dieses Jahr laut Gerüchten noch eine eigene Aktientrading-Plattform eröffnen und starten. Geplant war es bereits für letztes Jahr, doch aufgrund der schlechten Marktphase ließ man es vorerst. Man erwartet wohl, dass die Märkte in nächster Zeit viel grüner werden. Apple hat erst letztens noch mit einer eigenen Karte für Schlagzeilen gesorgt, welche eine unglaubliche 4,15% API anbot und somit besser war als jegliche Banken. Apple ist bereits die profitabelste und größte Firma der Welt und wie es aussieht will man wohl die Welt übernehmen. Statement von Binance Boss CZ Binance Boss CZ veröffentlichte ein Statement aufgrund der vielen schlechten News in letzter Zeit, sowohl zum Kryptomarkt als auch zu Binance selbst. Ich habe einige Debatten in der Gemeinschaft gesehen. Wenn man das Richtige tut und es gibt Fahrt, muss man nichts tun. Die Gemeinschaft verteidigt dich von alleine. Lass mich zusammenfassen. Es gab eine Menge negativer Nachrichten und Gerüchte, Bankruns, Gerichtsverfahren, Schließung von Fiat-Kanälen, Produktabwicklungen, Mitarbeiterfluktuation, Marktaustritte und so weiter. Raten Sie mal, was es bei uns nicht gibt. Keine Liquiditätsprobleme, alle Abhebungen und Einzahlungen werden ordnungsgemäß abgewickelt. Alle Kundengelder sind safe und zu 100% gedeckt. Es gibt auch gewonnene Gerichtsverfahren, Bankruns problemlos abgewickelt und Rekordeinlagen, neue Fiat-Kanäle, reibungsloses Auslaufen der alten Produkte und Einführung neuer Produkte, neue Einstellungen, neue Märkte. Binance hat wahrscheinlich auch die geringste Fluktuation im Gründungsteam aller Tech-Startups unserer Größe und unseres Alters weltweit. Bauen. Ein vergessener Aspekt bei einem Spot-Bitcoin-ETF Einer der größten Aspekte der Marktstruktur bei Aktien, den Bitcoin noch nicht hat, sind passive Ströme von Rentenfonds und so weiter. Sobald wir aktive Spot-ETFs haben und Bitcoin als Teil eines Portfolios und Rentenpläne allgemein einstrukturiert werden kann, wird sich das ändern. Das ist ein großer Faktor, warum die größten Aktien und Fonds wie der DAX, NASDAQ, S&P 500 seit Jahrzehnten konstant ansteigen. Alleine durch die passiven monatlichen und jährlichen Investitionen kommt da so viel bei rum. Ein Spot-ETF wird nicht eines dieser vielen Ereignisse im Kryptomarkt sein, die kurzfristig eine sehr positive und coole News sind und dann wieder abflachen und untergehen. Es wird nur der Anfang einer massiven Lawine sein. Ein interessantes Gensler-Video. Hier ist ein Clip, in dem Gary Gensler, Boss der SEC, gefragt wird, ob die Gerichtsurteile seine Meinung ändern würden. Die SEC hat bekanntlich in letzter Zeit viele Urteile verloren, also bezüglich Kryptos. Dieser antwortete ziemlich interessant. Gary Gensler sagte, die Kryptos-Szene ist voller Betrüger und Scammer. Die Reporterin fragte ihn, würde irgendetwas, was das Gericht sagt, ihre Meinung ändern? Und das ist seine Antwort. Er sagt hier praktisch, dass dem nicht der Fall ist und er sich wünschen würde, die Gerichte würden so entscheiden, wie er es möchte. Diesem Mann geht es nicht um Gerechtigkeit oder das Gesetz, sondern nur um seine eigene Agenda. Ich bin mir sehr sicher, dass er nicht mehr lange im Amt sein wird. Der längste Bärenmarkt. Der aktuelle Bärenmarkt ist der längste Crypto-Bärenmarkt der Geschichte. Micro Strategies Nachkauf Wie bereits im Intro erwähnt, Micro Strategy hat weitere 5.445 Bitcoin für ca. 150 Millionen Dollar gekauft, zum Durchschnittspreis von ca. 27.000 Dollar. Unglaublich. Wahrscheinlich erhalten sie sehr viel Geld von ihren Großinvestoren, wie zum Beispiel BlackRock, um ständig all diese Käufe tätigen zu können. Und spätestens hier sollte jedem klar sein, warte nicht auf irgendeinen Tiefpunkt. Schlage regelmäßig und schrittweise zu bei den aktuell bombastischen Preisen und du wirst dich in ein paar Jahren sehr freuen. Auch ich schlage aktuell regelmäßig zu. JP Morgan Chase JP Morgan Chase entwickelt ein Blockchain-basiertes digitales System, um grenzüberschreitende Zahlungen zu beschleunigen. Vor zwei Jahren, nach dem ersten großen Anstieg Bitcoins im 2021er Bullrun, nachdem Bitcoin gecrashed ist, gab es sehr viele Menschen im Markt, die darüber debattierten, ob Kyptos tot sind. Ich meine damit nicht nur die Kurse und Charts, sondern die Technologie an sich. Man lasst überall Fragen wie, wird sich das wirklich durchsetzen? Vielleicht ist die Technologie doch nicht so gut. Es war wohl doch alles nur eine Blase. Ganze Regierungen, Firmen und mächtige Personen sagten öffentlich, dass Kyptos sich nicht durchsetzen können und nur eine vorübergehende Internetverrücktheit waren. Kein einziger Mensch sagt das heute noch. Jedem ist klar, dass Kyptos und Blockchain-Technologie die Zukunft sind. Klar gibt es bei manchen noch Zweifel bezüglich Altcoins, bezüglich großen Bullruns. Kann es wirklich jemals wieder so stark ansteigen? Doch die Technologie an sich und deren Zukunft zweifelt keiner mehr an. Wie soll man das denn auch noch nach all dieser Adoption und nach all den Fortschritten? Die Frage ist nicht mehr, ob Krypto überleben wird und die Zukunft sein wird, sondern welche Kryptos es sein werden. Ihr alle seid Teil davon und seid bereits investiert in diese Zukunft. Und dazu kann ich euch nur beglückwünschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Algo für mich pushen würdet. Hinterlasst ein Like, ein Abo und kommentiert doch gerne etwas. Vielen Dank, Freunde.